ich bin miriam und ich komme aus frankreich und ich habe einen unverpackt laden in der wale und leider das läuft nicht so gut und jetzt ich brauche unterstützung von dem job center ja ich bin ali ich lebe seit 24 bis 25 jahren in deutschland wir sind selber flüchtlinge und warum ich bin hier mit ali zu hilf mir zu dieser online job center machen das ist papier kram zu machen und hier ich habe die hilfe okay dass das gibt mehr energie zu kämpfen ja so und geht weiter mit dem papier kram und sowas stunde und 20 minuten haben wir auf jeden fall hier dran gearbeitet und wir sind immer noch nicht fertig alle sind willkommen alle gruppen die auch hilfe brauchen jeglicher art wir stehen hier bereit und unterstützen sehr gerne vom herzen das machen wir ehrenamtlich und richtig viele dank weil ganz allein ist nur okay was du weißt ich schaffe nicht tschüss okay dank für die hilfe ich kann weiter geht und ich habe mehr energie ich bin nicht